Willkommen bei Experten beraten. Heute wollen wir uns von der Firma Sportastisch diese Trinkflasche namens Vaku Drink ansehen. Sie kam einen Tag nur nachdem ich sie bestellt hatte schon bei uns an und war in einem braun neutralen Karton verpackt, der noch nicht viel über den Inhalt verringt. Im Karton in etwas mehr Pappe geschützt war dann dieser Produktkarton, wie Sie ihn hier sehen. Hier vorne sehen wir einmal die Trinkflasche Vaku Drink. Ein Hinweis auf die dreijährige Garantie, die Sportastisch gewährt. Die bekommen Sie, wenn Sie sich mit Ihrem Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum dort registrieren. Dann haben wir auf der Seite noch Produkthinweise. Hochwertige Trinkflasche. Die Vaku Drink Trinkflasche besteht aus hochwertigem Edelstahl, das nicht nur sehr modern wirkt, sondern auch extrem langlebig und stabil ist. Daher überlebt es auch die Verwendung auf Tracking oder Wandertouren frei von großartigen Blessuren. Zusätzlich ist es frei von gefährlichen Schadstoffen wie BPA oder Weichmacher. In Kombination mit dem erstklassigen Drehverschluss ist die Vaku Drink Trinkflasche zu 100% wasserdicht, sodass Sie sie problemlos gut verschlossen in Ihrer Tasche oder dem Rucksack platzieren können, ohne ein Auslaufen befürchten zu müssen. Produktspezifikation. Sie ist 25 cm hoch, hat einen Durchmesser von 7 cm und ein Volumen von 500 ml. Die Flasche wiegt 285 Gramm und es wurde eine innovative Vakuum-Insolierungstechnologie verwendet. Sie ist frei von Schadstoffen und Weichmachern und hat ein exklusives Design. Zur Anwendung steht hier, die Vaku Drink Trinkflasche kann einerseits im Sommer dazu verwendet werden, Ihren Eistee, Cola, Wasser oder einen Saft kühl zu halten, falls Sie in der Hitze eine Erfrischung benötigen. Andererseits können Sie mithilfe der Trinkflasche auch heiße Getränke bis zu 12 Stunden warm halten. Nehmen Sie Ihre heiße Schokolade, den Tee oder Glühwein einfach mit auf Ihren Ausflug ins Weiße und wärmen Sie sich von Ihnen heraus auf. Hier haben wir noch einmal den Verschluss der Flasche und die Flasche selbst. Hier steht noch, dank der mehrartigen Vakuum-Isolationstechnologie in Verbindung mit dem erstklassigen Verschluss und dem hochwertigen Edelstahl, kann die Vaku Drink Trinkflasche Getränke bis zu 12 Stunden warm und noch länger gekühlt halten. So haben Sie unterwegs den perfekten Begleiter und sind immer versorgt. Wenn Sie dann von einem erfrischend kühlen Getränk auf ein warmes wechseln wollen, ist die Vaku Drink Trinkflasche außerdem aufgrund des Flaschenhalses und der abstrahierten Form besonders leicht zu reinigen. So wird die Arbeit mit der Trinkflasche minimiert und gleichzeitig die Funktionalität sowie Ihre Freude daran gesteigert. Jetzt wollen Sie sie uns auch einmal ansehen. Die Vaku Drink Trinkflasche gibt es in blau, grün, schwarz und violett. Wir haben das grüne Modell. Hier haben wir noch einmal den Hinweis auf die Garantie und eine Zufriedenheitskarte. Und das ist die Flasche. Hier unten ist sie etwas grillt geformt, ansonsten sehr schmal, für 500 Milliliter ausgelegt. Das hier ist der innovative Verschluss und im Inneren ist Edelstahl. Machen wir mal den Praxistest, denn nichts ist ärgerlicher, als wenn Sie eine Trinkflasche haben, die dann in Ihrer Tasche ausläuft. Also werden wir jetzt etwas Leitungswasser einfüllen. Das ist jetzt etwas weniger als ein halber Liter. Eine schließende Flasche. So, jetzt ist sie bombenfest zu. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Okay, da passiert nichts. Die Flasche ist absolut dick. Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen diese tolle Trinkflasche von Sportastisch namens Vaku Drink behilflich sein. Und freue mich, wenn Sie bald wieder einschalten, bei Experten beraten. Vergessen Sie auch nicht, hier unten auf den Link zu klicken. Dort gelangen Sie bei uns auf die Website. Da können Sie sich den Testbericht noch einmal in Langform ansehen und diese Trinkflasche auch gewinnen.